Hier ist eine blaue Holzbiene zu sehen, nicht die kleine Wildbiene, die da eben wegfliegt, sondern jetzt kommt das Monster. Diese Holzbiene wird bis zu knapp drei Zentimeter lang, ist eine unserer größten Wildbienen, lebt gerne einzeln in totem Holz und hat es sich hier bei uns auf der Lantane, also auf einem Wandelröschen, gemütlich gemacht. Eine tolle Sache, sie kommt eigentlich aus dem Süden, aber mittlerweile erobert sie klimatechnisch auch Mitteleuropa und natürlich das Rhein-Main-Gebiet. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020